Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Videoprojekt von mir. Und zwar wollen wir heute mal ein Tironosaurus Rex durch ein von mir gebautes Labyrinth jagen. Im Hintergrund seht ihr gerade schon den Bauvorgang in Zeitraffer. Und ich würde dann gerne in weiteren Videos auch mal andere Saurier durchjagen und dabei die Zeit stoppen und herausfinden, welcher Dinosaurier der klügste ist und das Labyrinth am schnellsten bezwingen kann. Und um das Ganze ein bisschen interessanter für euch und für mich zu gestalten, werde ich immer einen von euch, jeweils diesen Dinosaurier, der dann durch das Labyrinth läuft, zuordnen. Und wie das dann abläuft und so weiter und so fort, das werde ich dann gleich bzw. später noch erklären in dem Video. Also bleibt dran. Und ganz wichtig noch, es gibt auch was zu gewinnen für den, der den schnellsten Dinosaurier hat. Also bleibt dran. Bis gleich. So, der T-Rex ist gezüchtet und wir lassen ihn jetzt frei. Und ich habe ja gesagt, in diesem Projekt könnt ihr die Dinosaurier dann übernehmen. Und den T-Rex, den bekommt der liebe T-Games. Er hat vor zwei Wochen nämlich einen Kommentar unter meinem Video geschrieben. Und zwar bitte wieder T-Rex und ich möchte gerne der T-Rex sein. Jetzt hast du die Möglichkeit in diesem Projekt bist du der T-Rex. Und ich wünsche dir viel, viel Glück, dass der T-Rex es schnell durchs Labyrinth schafft, weil nämlich die schnellsten drei Dinosaurier bzw. die Leute, die diese Dinosaurier dann haben, einen Preis von mir bekommen werden. Also ich wünsche dir viel, viel Glück. Ich benenne ihn jetzt nochmal eben um in deinen Namen. Und wie ihr der nächste Dinosaurier sein könnt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Ich würde sagen, wir warten jetzt bis der T-Rex im Labyrinth angekommen ist und sobald der T-Rex mit dem gesamten Körper das Labyrinth betreten hat, startet die Zeit und sie stoppt, sobald er das Labyrinth mit dem ganzen Körper wieder verlassen hat. Der T-Rex ist gelandet, es geht hier jetzt gleich los. Und ich zeige euch hier jetzt nochmal das Labyrinth, welches durchlaufen werden muss. Das hier ist der Weg, den der T-Rex zurücklegen muss. Und wie gesagt, die Zeit fängt an, sobald der T-Rex mit dem gesamten Körper im Labyrinth ist und endet, sobald er das Labyrinth mit dem ganzen Körper wieder verlassen hat. Jetzt geht's hier los, Leute. Der T-Rex aka T-Games, ja, begibt sich auf den Labyrinth-Eingang zu. Die Zeit startet aber noch nicht, weil er noch nicht mit dem ganzen Körper drüber ist, aber jetzt geht's los mit der Zeit. Und der T-Rex scheint wirklich direkt straight in Richtung Ausgang zu gehen. Das ist sehr, sehr gut. Er hat schon mal die erste Sackgasse hinter sich gelassen und läuft hier wirklich, wirklich gut vor. 15 Sekunden und ich würde sagen, er hat schon ein gutes Stück geschafft. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Und er hat auch allen Anreiz, bis zum Ende zu gehen, weil am Ende erwartet ihn Essen, Trinken, ein größeres Gehege und so weiter. Also es lohnt sich wirklich für den T-Rex hier, das Labyrinth schnell hinter sich zu bringen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt bleibt er hier stehen. Guckt sich nach links, rechts um. Nach links solltest du nicht gehen, das ist eine Sackgasse, lieber T-Rex. Und ja, der Zeitraffer ist aktiv, Leute, ihr seht's. Das ist kein gutes Zeichen, T-Games, das tut mir sehr, sehr leid. Der T-Rex hat sich hier wirklich doof angestellt, ist ganz oft zurückgelaufen, stehen geblieben, hat rumgebrüllt, rumgemeckert, wie du hier siehst im Zeitraffer. Läuft hin und her, verwirrt in die Sackgasse, nach hinten wieder zum Eingang. Und die Zeit verrinnt, die Zeit läuft. Aber man weiß ja auch nicht, was es bedeutet für dich, ja? Wir wissen ja nicht, wie sich die anderen Dinosaurier anstellen werden. Vielleicht ist das ja noch eine gute Zeit, was der T-Rex hier hinlegt. Aber du siehst ja, er geht vor. Er ist schon wirklich sehr weit vorne, geht dann aber wieder ein Stück zurück. Aber dann hat's anscheinend Klick gemacht beim T-Rex, ja? Er entscheidet sich hier für die Abzweigung nach links, welche natürlich auch richtig ist. Und damit hat er das erste Drittel sozusagen geschafft von dem Labyrinth, ja? Und nach 11 Minuten 20 Sekunden, das ist schon viel Zeit, würde ich sagen. Aber ist halt schwer einzuschätzen, da er halt der Erste ist. Aber jetzt ist er wirklich fest entschlossen, so wie es ausschaut. Ah, er biegt hier nochmal falsch ab in eine Sackgasse. Schaut sich um. Sieht, hier geht's nicht weiter. Und läuft zurück. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Er scheint, äh, dazugelernt zu haben. Schaut hier zum Glück gar nicht nach rechts. Also, äh, kann gar nicht in die falsche Richtung laufen. Hat's gar nicht gesehen, dass rechts auch ein Weg war. Und geht hier wieder um die Kurve. Und hat jetzt wirklich in einer sehr, sehr kurzen Zeit das zweite Drittel hinter sich gebracht. Also, jetzt geht er wirklich straight durch. Schaut, denkt hier auch gar nicht drüber nach, nach rechts zu gehen. Also, er scheint hier wirklich den Ausgang, beziehungsweise das Futter zu wittern. Und, äh, er legt jetzt hier wirklich einen Sprint hin, so wie es aussieht. Also, das ist wirklich krass. Ähm, wir sind natürlich immer noch ein bisschen im Zeitraffer, Leute. Also, das müsst ihr bedenken. Aber trotzdem. Also, er scheint hier gar nicht mehr falsche Wege zu gehen. Hier biegt er auch nicht falsch links ab. Und hier auch nicht. Oder? Na, bleibt nochmal stehen. Er denkt drüber nach. Er geht straight Richtung Ausgang. Und jetzt stoppt sie gleich die Zeit. Nein, er bleibt nochmal stehen im Ausgang. Das kostet wertvolle Zeit. Und jetzt stoppt die Zeit. Also, der T-Rex und, äh, somit der liebe T-Games haben es geschafft. Und wir haben hier eine Endzeit von 13 Minuten, 41 Sekunden und 0,8 Hundertstel. Also, äh, ich denke nicht, dass die Hundertstel am Ende entscheiden werden. Aber wir werden sehen. Äh, sicher, sicher. Ich habe sie auf jeden Fall mitgestoppt. Und, äh, ja, ist schwer einzuschätzen. Also, es ist, glaube ich, keine gute Zeit. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass, ähm, die bestimmt noch geschlagen wird, die Zeit. Aber so ist das halt, ne? Ähm, wir züchten jetzt hier nochmal den lieben Tyrannosaurus Rex. Ganz schnell ein Edmontosaurus als kleine Siegersnack, den er sich dann gönnen kann. Und, äh, lieber T-Games, deine Zeit wird in die Liste eingetragen. Wir werden wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich 15, ähm, Dinosaurier ziehen. Wie das dann gleich abläuft, das, äh, erfahrt ihr jetzt gleich am Ende des Videos. Also, bleibt dran. Und, äh, wie gesagt, die schnellsten drei, die gewinnen dann am Ende auch einen kleinen Preis. So, für die, die auch gerne hier mitmachen möchten und ein Dinosaurier sein wollen. Wir werden insgesamt 15 Dinosaurier durch das Labyrinth, äh, durchlaufen lassen. Und, ähm, die schnellsten drei, die können dann auch eine Kleinigkeit gewinnen, ja, auf jeden Fall. Und, äh, falls ihr einer der Dinosaurier sein wollt, dann müsst ihr jetzt eben dranbleiben. Wir werden gleich auslosen, welcher Dinosaurier als nächstes durchs Labyrinth läuft. Und dann müsst ihr dementsprechend etwas in die Kommentare unten schreiben. Und, äh, ich würde sagen, äh, wir drehen jetzt hier direkt das Rad, um herauszufinden, wer der nächste Dinosaurier wird. Und, äh, ich bin sehr gespannt. Wir werden es gleich sehen. Uh, das war knapp. Es ist der Velociraptor. Uh, 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 ich denke, das ist ein, äh, sehr, sehr interessanter Kandidat auf jeden Fall. Weil, ähm, der Velociraptor ist ja eigentlich aus den Jurassic Park Filmen dafür bekannt, dass er sehr intelligent ist. Und, äh, auch Türen öffnen kann und so weiter und so fort. Äh, ich denke auf jeden Fall, dass er ein guter Kandidat ist. Und wenn ihr der Velociraptor sein möchtet, dann müsst ihr einmal in die Kommentare hier unter dieses Video schreiben. Äh, Hashtag Velociraptor. Und, ähm, mit etwas Glück seid ihr dann der Velociraptor und habt hier die Chance auf einen, äh, der drei Gewinne. Und, äh, falls es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Und, äh, damit ihr nichts verpasst, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein! Ich hoffe, es hat euch gefallen.